In unserer Garage sind wir sehr klein und untypisch freiwillig frei. Wir haben keine separate Annahme oder so. Aber dadurch können die Kunden direkt zu uns kommen, zum Mechaniker, zum Chef oder zu mir selber. Es ist viel familiärer alles zusammen. Besonders macht die Lehre in dieser Garage, dass wir effektiv trotz Vertretung an allen Marken arbeiten. Egal was von der Arbeit kommt, wir machen das. Der Vorteil, wenn ein Lernender zu uns kommt, ist, dass wir praktisch alle Marken hier haben. Wir haben zwar die Open-Vertretung und Zuzuki-Vertretung, aber wir flicken eigentlich durch das Band alle Marken. Das ist natürlich für den Lernender super, weil er auf allen Marken lernen kann. Und wenn er mal später woanders hingehen will, dann hat er schon Erfahrung auf diesen Marken. Unter anderem haben wir zum Beispiel gerade eine Stapler-Garage. Den müssen wir auch flicken und den Motor revidieren. Was auch nicht so alltäglich für eine Autogarage ist. Also stolz in meinem Prof. bin ich eigentlich am meisten auf die elektronischen Diagnosen. Weil dort kann man dann effektiv hinweg und messen, was man messen kann. Und dann, wenn man da Fehler findet und er beheben kann, dann ist es wirklich ein kalt Gefühl eigentlich. Vielen Dank. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!